Camp2Camp gibt es seit 2001 mit Standorten in der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Unser Ziel bei Camp2Camp ist, innovative Software auf Basis von Open-Source-Technologien anzubieten. Wir sind auch ein langjähriger und anerkannter Committer in der Open-Source-Community. Wir decken das gesamte Spektrum von GIS-Lösungen ab, vom Desktop-GIS über Geodaten, Infrastrukturen und Web-GIS-Anwendungen. Neben Softwareentwicklung bieten wir auch Software-Support, Consulting und Training an. Und eine weitere Stärke von Camp2Camp ist unsere Expertise im Bereich Infrastruktur. Das ermöglicht uns zum Beispiel, Geodaten-Infrastrukturen auch in der Cloud anzubieten.